Hallo und willkommen auf Gewohnheitstrainer. Mein Name ist Michael Kraus und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Und ich komme gerade frisch nach Hause aus der Hochschule, denn Freitagabends ist bei mir immer Hochschule angesagt, denn ich studiere noch berufsbegleitend. Und da bin ich vor kurzer Zeit nach Hause gekommen und jetzt ist es schon halb elf. Aber ich mache mir jetzt trotzdem noch die Mühe, ein weiteres Video zu drehen, denn ich möchte aus meiner heutigen Vorlesung einen Aspekt aufgreifen, den ich bis jetzt so noch nicht erwähnt habe. Und da möchte ich heute jetzt noch ein klitzeklitzekleines Minivideo drehen. Ich hoffe, das gelingt mir. Nicht, dass dann am Schluss wieder 20 Minuten rauskommen. Wer es glaubt, wird selig. Also willkommen zu diesem kurzen Trainingsvideo. Und ich muss deswegen so lachen, denn auch ich schaue mir immer wieder Trainingsvideos an und der Trainer hat die Leute am Anfang immer mit den Worten willkommen zu diesem kurzen Trainingsvideo begrüßt. Und ich schaue mir dann so unten rechts die Zeilen an und denke mir so, 58 Minuten? Kurzes Trainingsvideo? Okay. Ja, vielleicht wolle er es kurz machen, aber es ist dann doch etwas länger geworden. Und dann kam das nächste Trainingsvideo und Stunde 15 war er wieder eingeleitet mit Herzlich Willkommen zu diesem kurzen Trainingsvideo. Und das dritte und das vierte und das fünfte Video, die waren auch alle über eine Stunde lang, bis es mir dann mal so gedämmert hat. Naja, wer es glaubt, wird selig. Und das hat er auch irgendwann mal so erwähnt, denn die Leute wollen eben das glauben, was sie glauben wollen. Und wenn er dann immer einleitet mit kurzem Trainingsvideo, vielleicht sagen sie sich ja dann, naja, es ist ja nur ein kurzes Trainingsvideo, stellen dann aber eben sehr schnell fest, das ist dann doch über eine Stunde lang. Und wer es dann nach dem zehnten Mal immer noch glauben will, den Satz, willkommen zu diesem kurzen Trainingsvideo, das dann wieder über eine Stunde dauert, na, der ist dann selber schuld. Das noch kurz dazu. Und in der heutigen Vorlesung ging es um Prozessmodellierung. Und dieses Wort werde ich jetzt nicht genauer erklären, denn es geht nicht um Prozessmodellierung, sondern es geht noch um ein anderes Prinzip, das da dahinter steckt. Und während dieser Prozessmodellierung haben wir festgestellt, beziehungsweise ist es sehr wichtig während der Prozessmodellierung, dass alle Beteiligten, die an diesem Prozess sozusagen arbeiten, dass diese Beteiligten eben die gleiche Sprache sprechen. Und da sind wir sehr schnell drauf gekommen, dass bestimmte Menschen, bestimmte Leute unter dem gleichen Begriff etwas anderes verstehen, als die anderen. Und da ist mir gleich ein Licht aufgegangen, denn warum verstehen denn die einen Menschen unter dem gleichen Begriff etwas völlig anderes, wie die anderen Menschen? Warum? Richtig, weil die Leute anders sozial konditioniert sind. Das ist vollkommen richtig, denn jeder Mensch hat im Endeffekt eine andere soziale Konditionierung erfahren durch Eltern, Familie, Freunde, Unternehmen, Gesellschaft, Schule, Staat, Kirche, Medien, Werbung, Filme, Social Media, habe ich ja gestern nochmal ein Video dazu gedreht. Durch diese ganzen Faktoren hat jeder Mensch eine andere soziale Konditionierung bekommen. Das heißt, das drückt sich auch immer wieder in dem Wort aus, Individuum. Das heißt, Menschen sind Individuen, jeder ist immer ein bisschen anders. Deswegen verstehen die meisten Menschen eben unter dem gleichen Begriff etwas völlig anderes. Wenn ich Ihnen jetzt zum Beispiel noch die Frage stellen würde, was verstehen Sie persönlich unter Freiheit? Und 100 Menschen von Ihnen würden jetzt mir antworten, dann hätte ich 100 verschiedene E-Mails, was jeder von Ihnen unter dem Begriff Freiheit versteht. Und jetzt möchte ich nochmal zur Verdeutlichung das Beispiel aus unserer Vorlesung hernehmen, denn die Mutter schickte ihr Kind zum Einkaufen und sagte zu ihr, bring bitte sechs Äpfel mit und wenn es Eier gibt, nimm zwölf mit. Und da können Sie sich jetzt vielleicht schon überlegen, okay, die Mutter wollte, dass sie sechs Äpfel mitbringt und wenn es Eier gibt, dass sie auch noch zwölf mitnimmt. Aber das Kind hat das natürlich völlig anders verstanden, denn das Kind hat gedacht, nimm sechs Äpfel mit und wenn es auch Eier gibt, dann nimmst du eben zwölf Äpfel mit. Und das ist wieder das Interessante an der Geschichte, denn die Mutter hat eben was völlig anderes unter den gleichen Worten verstanden wie das Kind. Und das passiert uns natürlich in unserem täglichen Leben immer und immer wieder. Und da können eben auch Konflikte entstehen und in Partnerschaften kann das auch ähnlich daneben gehen. Denn die Frau sagt zum Beispiel zu ihrem Mann, ich möchte wieder mehr Zeit mit dir verbringen. Und der Mann denkt aber auf der anderen Seite, ja, wir verbringen ja schon viel Zeit miteinander. Denn der Mann versteht zum Beispiel unter gemeinsamer Zeit den Zeitpunkt, ab dem er zu Hause ist. Die Frau versteht aber unter gemeinsamer Zeit die Zeit, die beide zusammen zum Beispiel im Theater, im Kino, im Restaurant, im Urlaub verbringen. Das heißt, wir haben zwei unterschiedliche Standpunkte und beide verstehen unter dem gleichen Begriff etwas völlig anderes. Und das könnte in diesem Fall auch zu einem Konflikt in der Partnerschaft führen, denn beide haben eben eine unterschiedliche Ansicht der gleichen Worte. Und wenn die beiden sich dann eben nicht austauschen und gleiche Basis schaffen, sozusagen eine Art Definition, wie das gemeint ist jeweils, um dann auch einen Konsens zu finden, dass beide eben wissen, was dadurch gemeint ist. Denn so würde ja der Mann die Bedürfnisse seiner Frau vernachlässigen. Und umgekehrt würde die Frau denken, er interessiert sich ja gar nicht für mich. Und die Vorteile liegen ganz klar auf der Hand. Schaffen Sie eine gemeinsame Basis, zum Beispiel zwischen sich und Ihrem Partner oder auch zwischen sich und Ihrem Gegenüber. Das kann auch Ihr Chef sein, das können Ihre Freunde sein, denn nur dann, wenn Sie immer das Gleiche oder möglichst das Gleiche darunter verstehen, dann lassen sich eben Missverständnisse vermeiden und dadurch auch Konflikte vermeiden. Und denken Sie daran, dass Sie unter Umständen etwas anderes unter den gleichen Wörtern verstehen, wie Ihr Gegenüber. Das ist ja wieder nichts anderes wie eine soziale Konditionierung. Und nur indem Sie die soziale Konditionierung erkennen und durchschauen, können Sie blockierende Gewohnheiten einfacher, schneller und nachhaltiger abbauen, um neue Gewohnheiten aufzubauen. Das war es wieder für heute mit einem kurzen, knappen Beitrag zur sozialen Konditionierung. In dem Fall, dass wir Menschen eben oftmals unter den gleichen Begriffen etwas völlig anderes verstehen. In diesem Sinne verabschiede ich mich heute mit den Worten, auf Ihre neue Gewohnheit, die soziale Konditionierung zu erkennen und zu durchschauen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.